Ja, hi ho und willkommen zurück, meine lieben Undertale-Freunde. Ach schade, das Hauptmenü hat sich noch nicht verändert. Wahrscheinlich, weil wir Undein zwar besiegt haben, aber noch nicht richtig besiegt haben. Na gut, wir kontinuieren einfach mal beim Labor-Entrance. Dort sind wir ja das letzte Mal gestoppt. Und hier hatten wir Andein besiegt. Jetzt ein Watercooler, take a cup of water, no. Und hier ist jemand Neues aufgetaucht, nachdem wir Andein besiegt haben. Und nachdem Sans uns letztes Mal hier keine Hilfe war mit seinem schneebedickten Haus. Gibt es eigentlich hier drüben noch irgendetwas? Ja, welcome to Hotland, das große Schild, das wir nicht genießen konnten. Weil Andein uns eben gejagt hat. Und ja, noch eine nette Sache, die Eiswürfel von Snowden. Das konnten wir uns auch nicht ansehen. Die fließen auch hier lang. Jo, rufen wir mal Papyrus an. Ring, ring. Das ist Andein's Dramatic Quack. Sie ist immer auf dem Topf, rufen sie etwas an sich selbst. Ja. Ich glaube, es ist etwas, das sie muss memorieren. Ich glaube, es ist etwas, das sie muss memorieren. Genau. Wenn du sagst Papyrus hierzu. There is no response. Okay, hier ist nichts von Papyrus. Hier hat er uns angerufen, während wir vor Andein geflüchtet sind. Hey, isn't this where I called you? I have a photographic memory for phone calls. Hey, when are we gonna hang with Andein? Ja, das können wir nachher gleich machen. Hey, when are we gonna hang with Andein? Jo. Da ist Sanzhütte. Ring, ring. Oh, you're in Hotland now. Hey, Sanz, aren't you supposed to be there? Don't worry, I am. Phew. Ja, feels a thought. Finally, Sanz is doing his job. Hm, ja. Was sagt Papyrus zu dem Watercooler hier? A Watercooler in Hotland? That's weird. Should it be a firecooler instant? What's a watercooler? What's a watercooler do anyway? Make watercooler. So it gives its spikes and makes it glow. Ja, so könnte man auch etwas cooler machen, aber sicher nicht water. Wer bist du? Okay, 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 I was thirsty, so I came over from waterfall to get a drink. Okay, 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 I was thirsty, so I get over from waterfall to get a drink. Da gut, da geben wir dir auch einfach einen drink. Okay, 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 okay Yes. You pour the water on the ground next to the water cooler. It's a water cooler. Take a cup of water. Yes. Ja, und wenn wir das machen, dann wird die Fütze halt leider nicht größer. Nur der water cooler wird leerer. Machen wir ihn mal einfach leer. Mal gucken, was passiert. Ja, der sagt nichts Neues. Machen wir, versuchen wir ihn einfach mal leer zu machen. Das kann jetzt kurz einen Moment dauern. Aber wir haben ihn schon mal halb leer. It's a water cooler. Take a cup of water. Yes. Yes. Ah, die Fütze wird doch größer. Oder es kam mir gerade nur so vor. Ey, das habe ich glaube ich auch noch nie ausprobiert. Ja, wir wollen das Wasser wieder loswerden. Ja. Dann nochmal. Jetzt ist er fast leer. Noch zweimal, glaube ich. Und ja, die Fütze wird wirklich immer größer. So, noch einmal. It's a water cooler. Take a cup of water. Yes. You take a cup of water. Get rid of the water. Yes. You pour the water to the ground next to the water cooler. It's a water cooler. Take a cup of water. Okay, there's no more water left in the cooler. There's no more water left in the cooler. Large puddle foaming. Yeah. Okay, okay, okay. So, now we have a private pool. Worst things have happened. Und ich glaube, wenn wir jetzt weiter gehen und wieder zurück gehen, ist immer noch leer. Ja. Gut. Was habt ihr zu sagen? Sorry, Undine, like, told us, there was totally a human in the area. So, like, us whole guards are blocking off the elevators from now. Look, even if the elevators aren't working anyway, we'll do our best. Miss Undine. What? What? Like, nowhere you're getting by us. But between you and me, I think you could go to that creepy lab over there. Between you, me, and my bro here, I mean. I tell him all my secrets. Okay. The Royal Guards here sind... Net? Ring ring. Hmm. I miss you a science house. The sign outside says lab. Lab? Like, laboratory. Laboratory? Does that mean there are dogs inside? I mean, I won't rule it out. Ring ring. Strange dogs house. Ja. Strange dogs house. Seeing such a strange laboratory in a place like this, you have felt with determination. So, speichern wir mal und gehen jetzt erstmal hier runter. Denn hier ist der Fehrmann. Für uns. Tralala, I'm the river man. Or I'm the river woman. It doesn't really matter. I love to ride in my boat. Would you care to join me? Ride in the boat? Yes. Where will you go today? So, das hier ist jetzt das Schnellreisesystem, was wir wirklich gestrickert haben, dadurch, dass wir den letzten Ort mit Schnellreisesystemen erreicht haben. Ja, klingt komisch. Wir können nach Snowden oder Waterfall. Erstmal nach Snowden. Papyrus besuchen. Then we are off. Und ja, der Fehrmann erzählt uns auch sehr interessante Sachen. Tralala, what's my name? It doesn't really matter. Ja, du bist eigentlich Sharon, normalerweise. Solange du uns nicht den Stücks runterbringst. Genau, und der bringt uns genau hierher zurück nach Snowden. Come again sometime, tralala. In Snowden hat sich nicht viel verändert. Der Wolf wirft immer noch die Eisbrocken umher. Hier können wir immer noch klopfen. Ah, what a beautiful knock. Maybe if I don't answer, I healed again. Ja, nein. So, gucken wir mal. Oh, Papyrus ist gar nicht zu Hause. Wo bist du denn? Snowden, home of Papyrus. That's the slogan, right? Nein, er ist nicht zu Hause. Okay, dann brauchen wir uns hier gar nicht mehr weiter umschauen. So, dann können wir gleich nach Waterfall weiter. Dum, dum, dum. Tralala, careful, right? Right in the boat, yes. Where will you go today? Waterfall. Then we are off. Und sein Boot hat sich verändert, wenn ihr das seht. Und gleich seht ihr auch, warum es sich verändert hat. Wusch. Latsch, 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 latsch. Das sieht lustig aus. Tralala, Tammy Village. The room before the darkening lantern room. Ja, das ist ein Hinweis, falls wir es nicht schaffen, Tammy Village auf eigene Faust zu finden. Dann sagt er uns hier halt, wo Tammy Village ist. Go to temp shop. Come again sometime. Tralala. So, jetzt sind wir in Snowden, da waren wir gerade, jetzt sind wir im Waterfall. Nämlich direkt bei unserem... Wow, da, ich habe noch ein paar Neat-Junk für sie. Undyne. Undyne, ja, sie ist ein Local Hero, hier. Through Grit und Determination alone, sie fährt her way, zu der Topf der Wildguard. Gut, actually, she just came to her asking about someone who looks just like you. I'd watch your back, kid, and buy some items, it might just save your height. Wahaha. Gut, be careful out there, kid. Ja, Andine. North Blue Air Equus, East Hotland. Tammy Village, Fragezeichen. Wir besuchen jetzt Andine, weil Papyrus das ja vorgeschlagen hat, dass wir mit Andine eine Weile chillen. Oh Gott, die dramatische Musik schon. Was sagt Papyrus? That's Andeins Haus. You know, the one with the skeleton in front. What, what, what? It's a living. Ja. Also Papyrus, schien wir mit Andein. Oh, the human arrives. Are you ready to hang out with Andein? I have a plan to make you two great friends. Will you hang out? Natürlich. Okay, stand behind me. Psst, make sure to give her this. She loves these. Ja, gelbe Knochen mit einem Schleifchen drum. Oder eingepackte Knochen. Hi, Papyrus. Ready for your extra private one-on-one training? You bet I am. And I brought a friend. Hi, I don't think we have Andeins Gesicht. Jetzt guckt sie Papyrus an. Papyrus guckt zurück. Why don't you two come in? Ich hab Angst. Here, Andein. My friend brought a gift for you. On their own. Uh, thanks. I'll, uh, put it with the others. Okay, Papyrus hat ihr viele solch in den Gang geschenkt. So, are we ready to start? Upsi-dupsi, I just remembered. I have to go to the bathroom. You two have fun. Ich glaub nicht, dass da das Badezimmer ist. Uh, so, why are you here? To rub your victory in my face? To humiliate me even further? Is that it? Klar, immer. Hohohoho. Well, I've got news for you, Brett. You are on my battlefield now. And you aren't going to humiliate me. I'll tell you what's going to happen. We are going to hang out. We are going to have a good time. We are going to become friends. You will become so enamored with me. You will be the one feeling humiliated for your action. Hohohoho. It's the perfect revenge. Uh, why don't you have a seat? So, as Kevin says, Mom's shown. I can't believe he leaped through the window like that. Normally, he nails the landing. Okay. One time, Alphys, uh, friend. He came over here. All he did was lie seductively on the piano. And fed himself grapes. I don't really like that guy. Why I admire his lifestyle? What? I'm not going to serenade you. Okay. Sie wird nicht für uns sagen, you want to see my room? Too bad. No nerds a lot. Well, maybe some nerds. In the sink is a teacup in the shape of a fish. Look inside the bone drawer. Oh, klar. Ja. Der kleiner weißer Hund hat alle Knochen gefressen. Gut. This oven is some top-of-the-line MTT thing. But, you know, as much as technology advance, nothing beats food home-cooked with firemagic. Also, ja, so wie Toriel. Die kocht auch mit Feuermagie. Die hat auch noch einen alten Ofen, so einen Holzofen, nicht so einen Hightech-Ding mit Abzugshaube hier. Das ist Silberware drawer. It has forks, spoons, knives, tiny swords, eggses, spears, nunchucks. Ja, Anteil eben. Humans suck, but their history kinda rules. Case in point, this giant sword. Historically humans readed swords up to ten times their size. Right? Ich will nicht ihre Revision zerstören, deswegen sagen wir es ist richtig. I knew it. When I first heard that, I immediately wanted one. So me and Arthurs built a giant sword together. She figured out all the specs herself. She's smart, huh? Ja, ein Schwerter's Thema so groß ist wie der Mensch selber, das vielleicht nicht. Aber es gibt ja Leute, die können Schwerter führen, die so große wie sie selber. Wir erinnern uns an Dark Souls. I hate cold food. So Arthurs fixed up my fridge, so it heats up food instant. Hot fridge, the world's greatest invention. Hot fridge, the world's greatest invention. Ja. It's so nice to have you over. Why not take a seat at the table. Und wie sie dabei grinst. Sit at the freaking table, you little nerd. Ja. Sie ist freundlich aggressiv. Sit down and progress. Yes. Yes. Ja, das nimmt man sitzen. Einfach draufstehen. Comfortable. I get here something to drink. All set. What would you like? Ähm. Ja. Soll ich mir jetzt was aussuchen? Okay. Hey, don't get up. You are the guest. Sit down and enjoy yourself. Why not just point to what you want? You can use the spare. So, wir können jetzt selecten. Sword acquired taste. Believe me, I would gladly give you your fill of swords. You weren't my beloved house guest. Fridge full of food. The fridge? You want to have the entire fridge? No. Okay. Ja, wir wollen anleihen. Are you hitting on me? Äh. Ja, das mag sie nicht. Können wir so zu den anderen Sachen. Believe me, I would gladly give you your fill of swords. If you weren't my beloved house guest. Ja, da sagt sie immer dasselbe. The fridge? You want to have the entire fridge? No. Da sagt sie nichts neues. Teabox? Hot chocolate? Soda? Sugar goes in tea. That sugar's for the tea. I'm not gonna give you a cup of sugar. What do I look like? The ice cream woman. Do human ice cream woman terrorize humanity with energy spears? Auf jeden Fall. Are the ice cream songs a prelude to destruction? Klar, immer. Is that it? Yes. What? Really? That rules. The sugar is for tea. Okay? Okay, soda? Oh, soda? Actually, even though you pointed to it, you don't look happy. Heh. That's fine. I think soda's gross, too. It's... What's your teeth? It's what's your mind? It's what's your fighting spirit? Huh? Why do I have it? Hm. Das Gesichtsausdruck da. What? You wanted for the spirit? Okay. Was is with the hot chocolate? Oh. You want some hot chocolate? Wait, wait. I just remembered. That container's empty. I stopped getting it because it was always a hassle. Escort keep getting marshmallows stuck in his beard. That container's empty. Yeah, also, sie trinkt öfter mit... Hat öfter mit Escort heiße Schokolade getrunken. Mit marshmallows. Okay, dann bleibt uns wohl nur noch Tee übrig. Tee, huh? Coming right up. It will take a moment for the water to boil. Ja. Großes Schweigen. Okay, it's all done. Ja, auf den kaputten Tisch. Here we are. Wo sie sich auch immer hinsetzt. Careful, it's hot. It's not that hot. Just drink it already. You take a sip of the tea. It's burning. But other than that, it's pretty good. It's pretty good, right? Nothing but the best for my absolutely precious friend. Hey. You know, it's kind of strange you choose that tea. Golden flower tea. That's Escort's favorite kind. Ja, goldene Blumen haben wir schon mehrmals kennengelernt. Gerade da, wo wir gestartet sind, sind wir auf goldenen Blumen gelandet. Und unten in der Müllhalle wachsen auch goldene Blumen. Wahrscheinlich holt sie da ihre her. Actually, now that I think about it, you kind of remind me of him. You are both totally weenies. Sort of. Okay, Escort is seltsam. Oh, jetzt kommt wieder die dramatische Melodie. You know, I was a pretty hot-headed kid. Once, to prove I was the strongest, I tried to fight Escort. Emphasis on Trite. I couldn't land a single blow on him. And worse, the whole time he refused to fight back. I was so humiliated. Afterwards, he apologized and said something goofy. Excuse me, do you want to know how to beat me? I said yes, and from then on, he trained me. One day, during practice, I finally knocked him down. I felt bad. But he was beaming. I had never seen someone more proud to get their butt kicked. Anyway, long story short, he kept training me. And now I'm the head of the Royal Guard. So I'm the one, who gets to train dogs to fight. Like Papyrus. But, to be honest, I don't know if I can ever let Papyrus into the Royal Guard. Don't tell him I said that. He's just, well, I mean, it's not that he's weak. He's actually pretty freaking, though. It's just that he's too innocent and nice. I mean, look, he was supposed to capture you. And he ended up being friends with you instant. I could never send him into battle. He'd get ripped into little smiling shreds. Smilling. I don't know if it's right, but I think it should really be called smiling shreds. Oh, there's really a word, what smelling is called. That's part of why. I started teaching him how to cook, you know. So, um, maybe he can do something else with his life. Ja, er kann gefroene Spaghetti kochen. Oh, sorry, I was talking for so long. You're out of tea, aren't you? I'll get you some more.